Kechomenoche, Teil 2, heute mit Ordentlich Sherry. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls und heute geht es in den zweiten Teil der Kirchonenwoche, wie am Montag schon angekündigt. Wir haben über den Machier Bay gesprochen, heute ist der Snake dran. Snake, keine Ahnung, es ist wieder, er wird 1000% irgendwie anders ausgesprochen, aber das ist ja egal, ihr wisst alle, welcher Whisky gemeint ist. Die Flasche seht ihr ja auch hinter mir und neben mir. Vielleicht hätte ich mir ein anderes T-Shirt anziehen sollen, so ist relativ klar. Ich habe die Videos jetzt hintereinander weggedreht. Das ist aber vielleicht bei den beiden jetzt auch gar kein Nachteil, dass diese Magie von YouTube das auf Montag und Mittwoch aufteilt. Aber für mich ist es jetzt so, dass ich zwischendrin ein bisschen Wasser getrunken habe, ein bisschen Zeit gelassen habe und jetzt aber auch einfach sehr, sehr schön für euch vergleichen kann. Das heißt, man kann diese beiden Whiskys jetzt bei mir auch gut in der Relation sehen. Und ja, ich muss eigentlich, glaube ich, nicht viel sagen. Meine Frage des Tages heute an euch ist, rauchige Whiskys, seid ihr da eher bei Ex-Burban-Reifung oder bei vielleicht einer Weinreifung oder einer Sherry-Fass-Reifung? Ich bin ja persönlich ein Fan davon, wenn rauchige Whiskys eher ein kräftiges Fass haben, ein Rotweinfass oder so, was ich bei nicht rauchigen Whiskys gar nicht so unbedingt brauche. Aber bei rauchigen Whiskys finde ich das sehr, sehr cool. Auch wenn der Machir Bay mich mit seiner Burban-Reifung beim letzten Mal sehr überzeugen konnte, schreibt es unten in die Kommentare, gebt den Daumen hoch. Das freut uns auf jeden Fall. Und wie ihr wisst, ich antworte, wir können darüber diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr so schreibt. Über die Brennereien muss ich ja jetzt gar nicht mehr so viel erzählen. Kirchummen wurde immer noch 2005 gegründet. Wir haben das Jahr 2021. Man geht jetzt also so auf das 16-jährige Jubiläum zu. Der Seneic ist eine der Standardabfüllungen der Brennerei. Eigentlich immer verfügbar. Wir sind im Bereich von Mitte 40 Euro. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je nachdem, wo ihr ihn bekommt und zu welchen Konditionen. Und ich finde, das ist ein fairer Preis. Wir haben auch hier 46% Alkoholgehalt. Wir haben keine Färbung. Wir haben keine Kühlfiltration. Mein Gott, wichtiger Unterschied. Also nicht kühl gefiltert an dieser Stelle. Und wir haben aber auch hier keine Altersangabe. Und der Clou ist natürlich im Vergleich zum Machia Bay einen größeren Anteil an Sherryfässern. Es gab vor einer Zeit auch dieses berühmt-berüchtigte, weiß ich gar nicht, ob man es so ausdrücken sollte, Dark Badge, wo der Whisky sehr, sehr dunkel war. Ich habe das Gefühl, das, was ich habe, ist wieder ein bisschen heller. Er hat eine schöne Sherry-Fassfarbe, aber die ist immer noch in einem normalen Rahmen. Das finde ich auch ganz schön, weil wenn die Whiskys nur noch dunkel, dunkel, dunkel sein müssen, weiß ich nicht, dann steige ich irgendwann aus. Und wenn Händler dann den auch noch als Dark Badge reinstellen und dann 10 Euro mehr nehmen oder so, finde ich, das ist eine blöde Geschichte, braucht kein Mensch. Deswegen bin ich ganz froh, dass man hier jetzt einfach wieder ein Badge hat, was ein bisschen heller hat. Und vielleicht kommt auch mal, heller ist und vielleicht auch kommt mal ein Badge, das wieder ein bisschen dunkler ist. Also das finde ich schön, dass Kichumen hier sozusagen flexibel ist, in Badges abfüllt und damit halt auch einfach so ein bisschen Schwankungen in einem natürlichen Produkt drin hat. Das kommt mir sehr, sehr entgegen. Ja, ihr kennt es, Verkostung steht als nächstes an. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieser Sherry-gelagerte Whisky mir gefällt. Aroma, Geschmack, Abgang, Fazit, das sind die Themen für den Rest des Videos. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch drücken. Wir freuen uns sehr. Abo dalassen. Die Hälfte von euch hat nach wie vor kein Abo bei uns. Und ja, ist einfach für uns super, wenn ihr das dalasst. Das sorgt dafür, dass wir Bock haben auf Videos. Das sorgt dafür, dass wir im Livestream tolle Gäste haben. Je größer das ist, desto einfacher ist es, da auch spannende Leute zu kriegen. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht schon tolle Leute haben. Auf jeden Fall hilft es uns. Und für euch ist es nur ein kleiner Klick, der nichts kostet. So, genug Werbung. Ab in die Verkostung. Und für euch ist es sehr. Der aktuelles Remake, so wie ich ihn da habe, hat eine schöne Bernsteinfarbe, ein bisschen dunkler vielleicht, aber durchaus noch so auch mit goldenen Reflexen drin. Finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut abgestimmt. Der Großteil ist Sherry, aber es ist auch ein Anteil Experten drin. In der Nase hat er eine Süße und eine schöne dunkle Beerenfrucht mit dabei und dann so eine Rauchigkeit, die, wie gesagt, weil ich den Machier Bay gerade auch vorher probiert habe, jetzt für mich nicht mehr so prägnant ist, aber die durchaus halt so wieder dieses farmige hat, wie ich es genannt habe. Ja, also Heu, Stroh, glimmende, brennende Äste, so ein bisschen Lagerfeuer, ein bisschen charaktervoller, vielleicht nicht ganz so muffig wie ein Springbank, zumindest nehme ich Springbank immer so wahr. Also sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön rauchig, nicht übertrieben rauchig, einfach ein rauchiger Single Malt im Kern. Und diese Süße, ja, hat so ein bisschen so eine Beerenmischung, Tiefkühlbeerenmischung, die aufgetaut irgendwie, was auch immer ihr da mitgemacht habt. Das ist so da mit drin, Brombeere, schwarze Johannisbeere, ein bisschen Erdbeere, so in die Richtung, das habe ich auf jeden Fall. Ich habe aber auch vom Machier Bay so diese Süße von den Vanillearomen, süße Vanillearomen von den Bourbonfässern. Das ist auch so ein bisschen als noch so ein kleiner Gegenpol da. Das finde ich sehr, sehr schön, weil es den Whisky ein bisschen einfängt, ein bisschen mehr Komplexität gibt und ja, dafür sorgt, dass es nicht nur so Sherry-Sherry-mäßig daherkommt. Gefällt mir insgesamt sehr gut. Er scheint mir dadurch ein ganz bisschen komplexer zu sein als der Machier Bay, wobei der Machier Bay mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt bin ich gespannt, wie es im Geschmack ist. Also probieren wir mal. Schön, dass ihr reinschaut. Sláinte auf euch. Vom Mundgefühl her sehr, sehr ähnlich wie der Machier Bay, auch so eine leichte Öligkeit, aber nicht zum Mund ausfüllen, deutlich präsent, aber setzt sich nicht überall rein. Auch hier habe ich mehr so auf der Zunge und die Eiche, die Würze verbleibend und die Wangen, Taschen so von innen ist jetzt aber nicht so, dass der Whisky sich da massiv festbeißt. Geschmacklich deutlich mehr Beeren, deutlich dunkelfruchtiger, nicht so hell, die Äpfel sind weg, die ich vorher hatte. Diese Vanillenote ist weniger prägnant, stattdessen halt wirklich wieder, ja, Brombeere finde ich relativ prägnant, ein bisschen Himbeere, Johannisbeere, vielleicht so ein Touch von einer nicht ganz zu süßen Erdbeere. Und dann halt auf der anderen Seite immer die Rauchigkeit, die ihr euch hier natürlich immer mitdenken müsst, also dieses glimmende, brennende Holz, schönes Rauchfeuer, Kamin, so in die Richtung. Keine kalte Asche, kein Tabak, kein Speck, nichts Medizinisches, wie bei Laphroaig zum Beispiel, sondern mehr ein klarerer Rauch, finde ich. Was mir aufgefallen ist, ich würde jetzt, die haben beide keine Altersangabe, ich würde darauf tippen, zumindest vom Charakter her, wie er sich für mich darstellt, dass dieser Whisky ein bisschen jünger ist. Denn ich finde, zum Abgang hin ist er ein bisschen rauer, ein bisschen kräftiger, wird da auch mal so ein bisschen würziger, prickelt auf der Zunge ein bisschen, das hat der Machir Bay, war da für mich harmonischer. Und hier, der Snake ist so ein bisschen, hat ein bisschen mehr einen Punch mit dabei. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, ich würde das jetzt mal so stehen lassen. Für mich ist damit der Machir Bay da ein bisschen vorne, aber wenn ihr diese Edge, diese Kante haben wollt, dann seid ihr natürlich hier besser aufgehoben. Jetzt nehme ich nochmal einen zweiten Schluck, gucken wir mal, ob ich noch ergänzend irgendwie was finde. Also nochmal, Sláinte. Jetzt beim zweiten Mal deutlich mehr Eichenwürze, die Frucht geht tatsächlich ein bisschen zurück. Mehr so ein trockenes, feuchtes Holz, ja, so feuchtes, leicht alkoholische Holznote, aber auch hier der Alkohol sehr, sehr gut eingebunden. Das ist auf jeden Fall, kann man bei beiden sagen, perfekt eingebunden, gefällt mir richtig gut, was das angeht. Im Abgang einigermaßen trocken, nicht zu trocken, wie gesagt. Verbleibt so mittellang, es gibt sicherlich Whiskys, die länger dableiben, aber das sehr, sehr schön harmonisch. Fazit. Fazit würde ich hier auch so ein bisschen vergleichend ziehen. Für mich hat der Machir Bay auf jeden Fall die Nase vorne. Ich mag diese prägnantere, helle Fruchtsüße bei ihm mehr. Der Sláinte ist ein bisschen der kräftigere Kandidat, wenn ihr den kräftigeren Whisky haben wollt, wenn ihr Sherry-Fast-Whiskys mögt, dann sowieso solltet ihr auf den gehen. Aber wenn man sich das zusammen mal anguckt, dann ist es ja so, dass es auch eine Core-Range ist, die verschiedene Sachen darstellen soll und verschiedene Kunden ansprechen soll. Oder Kunden ansprechen soll, an verschiedenen Tagen und Formen sozusagen. Und das macht Kill Human hier natürlich perfekt. Also es sind zwei Whiskys, die viele Gemeinsamkeiten haben, die für sich genommen aber extrem dann auch unterschiedlich daherkommen und so auch für Spannung sorgen. Ja, Abschluss der Woche wird durch den 100% Eiler in der 10. Edition gemacht werden. Da gehen wir auf 50% Alkoholgehalt hoch, gehen wieder ein bisschen mehr in die Ex-Burban-Richtung. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ungefähr 30 Euro mehr bei Kill Human dann auch noch rausholen. Das ist dann die Stufe quasi preislich unter dem Single-Cask. Das wird auf jeden Fall der Wochenabschluss werden und da freue ich mich sehr, sehr doll drauf. Schaltet am Freitag wieder ein, lasst das Abo da, drückt Gefällt mir und so weiter. Hab ich euch gesagt, bleibt vor allen Dingen gesund, habt immer einen guten Whisky im Glas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.